Ja und uns zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Christoph Kehlbach. Das Urteil ist da. Herr Kehlbach, erläutern Sie uns, wie hat der EuGH entschieden? Nun, der Europäische Gerichtshof hat gesagt, dass im Prinzip diese Regeln, wie sie gelten, Dublin 3 auch weiterhin ihre Gültigkeit behalten und dass eine Außerkraftsetzung dieses Systems nur in ganz extremen Ausnahmefällen denkbar ist. Also das gilt der Grundsatz, diese Abschiebung in die eigentlich zuständigen Länder, zum Beispiel Italien oder auch Bulgarien oder Griechenland, diese Abschiebung soll grundsätzlich möglich sein, selbst wenn in diesen Ländern den Abgeschobenen dann möglicherweise später Armut droht, wenn sich die Lebensverhältnisse verschlechtern. Das alleine sei kein Grund, um eine solche Abschiebung nicht vorzunehmen. Nur dann, wenn es wirklich ans, ich sag mal, Existenzielle geht, an wirklich die Sicherung der Lebensgrundlage, wenn die wirklich massiv gefährdet ist, dann kann man eine Ausnahme machen und kann sagen, in diesen Fällen schieben wir dann nicht ab. Aber grundsätzlich, sagt der EuGH, können die Gerichte hier in Deutschland und auch anderswo davon ausgehen, dass in der gesamten Europäischen Union alle Mitgliedstaaten grundsätzlich auf dem Niveau sind, dass zumindest die EU-Grundrechte-Charta vorgibt, dass also dieser Mindeststandard überall eingehalten wird und dass systemische Mängel möglicherweise der Sozialsysteme kein Grund sind zu sagen, wir nehmen hier keine Abschiebung vor. Heißt, wenn ich das weiterspinne, dass wir jetzt in Zukunft also Asylbewerber zurückschicken können, ohne Bedenken zu haben und zwar Asylbewerber, die in einem anderen Land zuerst den Asylantrag gestellt haben? Ja, aber so war es bisher ja auch immer. Also das ist genau dieser Grundsatz, den Dublin 3 vorgibt. Zuständig für die Bearbeitung eines Asylantrages ist immer der Staat nach Dublin 3, in dem derjenige erstmalig den Boden der Europäischen Union betreten hat. Und das ist eben in ganz vielen Fällen ein Staat, der am Mittelmeer liegt, weil eben viele Flüchtlinge zum Beispiel übers Mittelmeer kommen, was natürlich bedeutet, dass Staaten wie Italien oder auch Griechenland extrem belastet sind. Auch Staaten im Ostblock sind da oft betroffen, wenn Flüchtlinge beispielsweise aus Syrien über die Türkei nach Europa kommen. Also im östlichen Teil Europas sind die Staaten betroffen. In diesen Staaten ist da natürlich die Situation für Asylbewerber und auch Menschen, die schon Asyl gewährt bekommen haben und auch da bleiben können, sind die Sozialsysteme anders als in Deutschland möglicherweise. Und man kriegt weniger Mittel, man kriegt weniger Hilfe zum Lebensunterhalt. Das aber alleine, wie gesagt, sagt der EuGH, ist kein Grund. Welcher konkrete Fall hat dazu Grund gelegen? Wer hat geklagt? Das waren mehrere Verfahren, die von deutschen Gerichten vorgelegt wurden. Es gab ein Verfahren, wo es um eine Abschiebung nach Italien geht, vorgelegt vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Und drei Verfahren, wo es um Abschiebungen nach Bulgarien geht, die hat das Bundesverwaltungsgericht vorgelegt, verbunden mit vielen anderen Fragen, aber eben auch mit der Frage oder mit der Gemeinsamkeit in allen Fällen, dass man eben auch immer einen Blick auf diese Lebensverhältnisse in diesen anderen Staaten werfen sollte. Und deswegen hat der EuGH hier diese grundsätzliche Bedeutung nochmal unterstrichen von Dublin 3 und dieses Asylverfahren, wie es ja eigentlich schon bisher immer gilt, nochmal gestärkt und gesagt, nur in extremen Ausnahmefällen machen wir davon eben eine Ausnahme. Hat das jetzt für die Praxis dann eine Bedeutung? Ja, das bedeutet natürlich, dass eben die Gerichte jetzt gewissermaßen eine Handhabe haben, dass sie nur dann, wenn die Betroffenen möglicherweise Beweise vorlegen, dass es ans Existenzgefährdende geht, prüfen, ob hier eine Abschiebung möglicherweise ausnahmsweise nicht in Betracht kommt. Das Gericht hat möglicherweise auch so ein bisschen vom Ende her gedacht, hätte es anders heute entschieden, wäre möglicherweise das ganze System Dublin 3 ein bisschen ins Wanken geraten. Und man hätte überlegen müssen, ob man in Zukunft möglicherweise ganz andere Regeln aufstellt. Aber es gibt eben offene Grenzen in Europa, zumindest im Schengen-Raum. Und da hat das Gericht gewissermaßen gedacht, naja, dann können eben auch die Asylbewerber von einem Staat in den anderen Staat der Europäischen Union weiterreisen. Und wenn sie das tun, muss es aber eben auch unter vergleichbar einfachen Bedingungen möglich sein, diese Menschen wieder zurückzuschicken. Also eine Bestätigung war das heute des Europäischen Gerichtshofs der Dublin-Bestimmungen. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.